Hallo zusammen! Passend zur Weihnachtszeit gibt es heute Lebkuchen-Tiramisu. Dazu benötigt man 220 Gramm Lebkuchen, ein Glas Kirschen, 250 Gramm Quark, 250 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Schmand, 70 Gramm Zucker, eine halbe Zitrone und 50 Milliliter Weinbrand. Und los geht's! Da ich in meinem Supermarkt nur Lebkuchen gefunden habe mit Schokoladenüberzug und Oblaten, musste ich diese erstmal ein wenig bearbeiten. Die Schokoladenreste könnt ihr dann später gemütlich auf der Couch vor dem Fernseher essen. Wenn ihr den Lebkuchen dann soweit parat habt, könnt ihr diesen mit euren Händen zerkleinern. Füllt den zerkleinerten Lebkuchen in eine Form eurer Wahl und drückt ihn mit eurem Handrücken fest. Wenn die Kirschen gut abgetropft sind, werden diese auf dem Boden verteilt. Dann kann man die Creme vorbereiten. Dazu wird erstmal der Quark mit dem Mascarpone verrührt. Die Schüssel kommt natürlich in die Schüssel. Natürlich nicht mit rein, aber der Schmand wird dann noch in die Masse gelegt. Zum Schluss wird dann noch der Zucker, der Saft einer halben Zitrone und der Weinbrand mitunter gerührt. Die Creme wird dann auf den Kirschen verteilt und glatt gestrichen. Das Tiramisu muss nun für mindestens fünf Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank. Hier zeige ich euch noch eine kleine Variation, wie man das Tiramisu noch servieren kann. Und zwar habe ich die Zutaten in kleinen Dessertgläsern geschichtet. Bevor ihr euer Tiramisu servieren wollt, bestreut es mit ungesüßtem Kakao oder vielleicht auch mit klein gehackten Nüssen. Ich wünsche euch noch eine schöne, besinnliche, vorweihnachtliche Zeit. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Euer Tstand! Ber народ!